Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Presequel Nach dem 2 Stunden Sidequest Marathon Der 3,5 Stunden für mich gedauert hat Mit 2 Pausen Geht es nun endlich weiter mit der Mondstation Wie soll den Laser abschalten? Und zwar ganz weit da hinten Kühlen die den? Mit Vakuum? Pumpen die da Vakuum rein? Erklär mal wie das geht Ja, sehr gut Was soll denn da? Das war nur ein bisschen Mist Ich habe einen Level 30er Boss gefarmt, der versteckt ist Den werde ich auch noch machen, wenn es sicherer ist, dass ich den schaffe Ob mein Bett ist trocken Ich habe ein bisschen Equipment dabei rausgeholt, dass ich walten werde Einmal dieses Sniper ab Level 27 Das ist noch ein Level Das ist ganz schön stark das Teil Und die hier Weil die kann Die könnte stärker sein als die Die ich jetzt habe Und den Granaten wird glaube ich auch noch Ich will kurz gucken Ja, die hier Genau Die wird dann Voraussichtlich Die ersetzen Die ich jetzt aktiv habe Ja Ja, wir sollen den Laser abschalten Und ich fühle mich so, als ob man uns schon wieder erstören möchte Ja Aber ja klar Nein, lass mich in Ruhe Ich habe was zu tun Hört auf mich zu ärgern unterwegs Hallo Loader Ähm Hier XP Loader Transformer Aber was ist los, ey Kaum spreche ich ins Mikrofon Juckt mir die Nase Wie blöd Und die Augen von anzutreten Das ist ja Ui Deswegen verstaubt oder so Naja, egal Ich leide einfach ein bisschen Und tu so, als wäre nix Ich weiß aber gar nicht, wohin Hallo? Guck mal was auf die Karte Äh Hahaha Irgendwie Das ist aber zu Haha Stopp Du warst unbesiegbar? Wann? Glaub ich nicht Nicht Ach ja, wer keinen Bock hat Und sich die zwei Stunden Marathon-Folge anzuschauen Die Waffe hier ist neu Das kann die Explosionsgeschosse und Ähm Schießt schnell Was ist noch neu? Ähm Puh Ich glaube so ziemlich Nur diese eine Waffe Die Burganella könnte es sein Dass ich die Wald Äh Ersetze Oder die ist sogar schon ersetzt Ja genau, die Sniper hier Sie ist auch noch neu Eine relativ starke Sniper sogar War weg War weg Ui Pass mal auf, Junge Was du machst Ja, die Granate ist schon sehr nett Doch Du schießt auf mich Das macht dich zu einem sehr bösen Und ich bin tot Also gut wie Wo ist er denn? Äh Da Tja Hallo Loder Hilfe mal bitte Kann sich mal explodieren Sprengen Tage bis zum letzten Unfall Oder seit dem letzten Unfall Naja Täglich Täglich Unfälle Das war ziemlich grausig Was ist an einem Hedgehog grausig? Ist doch super Alter jetzt Aber mir zielt ja nie einer wohin Ja Sehr schön Stopp Brenne Grille Ich hab was vor Ich hab was vor Aber das geht nicht Wenn ich da bin Ist Jawoll Hat das was gewartet Hat das Schaden gemacht? Das hat der gerade gekillt Das ist eine ding Boah Ist krank? Ach Mensch Stopp Gib mir meine Booster Boah Boah Tja Gegen diese Waffe habt ihr ja nichts Gegenzusetzen Blödes Geschütz Geht kaputt Nein das will ich nicht Äh Sie schießt schon wieder Auf wen? Ich weiß nicht Ist mir doch egal Die Die Muncher kann Oder schießt nicht Auf mich Und das ist damit Super Muss ich Ich bin überfordert Schnell die Loader Alle umprogrammieren Äh Ich hab da eine Vermutung Da komm ich nicht weiter Da war doch irgendwo ein Aufzug Das sieht doch schon mal Gar nicht mal so richtig aus Aha Das ist doch vielleicht Ja Das sieht doch besser aus Munition Munition Noch mehr Munition Das sieht doch besser aus Haha Oh Heilung Dadurch geht's zum Auge Irgendwie geht mir das zu leicht Ich hätte mit mir Widerstand gerechnet Ja die sterben immer so schnell Wir sind doch die Leute Ausforderung? Funze ich dass sie das so nennen Ich kann wieder mit das Tor Das wird toll Ja einen haben wir Sehr schön Äh Wir nehmen Elementareffekt Schaden Weil ich doch ganz gerne in Zukunft Auch auf Elementareffekte gehen möchte Für zusätzlichen Schaden Sondern dass meine Granaten sind ja alle Elementar Kraftfeldreaktor 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 Die Booster Die Booster irritiert mich immer Ja Man So So Freigelegt, sieht er aus wie eine Reihe roter und blauer Kanister. Joa, das da. Ich habe übrigens gleich einen Level ab, das heißt, ein neues Sniper. Okay, das ist ein H2Y-26-Mini-Fusionsreaktor. Um ihn zu deaktivieren, musst du die blauen Kühlelemente beschädigen, nicht die roten Thermoladungen. Sie hat gesagt, mach es kaputt. Autsch, ich hasse diesen Ort. Den Plänen zufolge gibt es noch drei von den Babys. Zwei brauchen nur einen sanften Klaps, dann kannst du zum Auge, um es abzuschalten. Dann wäre das vielleicht auch wieder was mit den Babys-Herausforderungen und sowas geworden, aber nein. Holzhammer-FTV. Jetzt soll ich irgendwo nach da. Geht es hier runter? Ja. Oh, guck mal. Wo ist das? Nur Granaten? Das Verkaufen habe ich auch nichts gesammelt, ne? Nein. Das ist total interessant. Nein, gar nicht interessant. Ich hatte auch einen netten Schild gefunden. Den hier, genau. Aber er ist ab Level 28. Schade. Und die Sniper, glaube ich. Und die Granate auch, ne? Ab Level 27. Das heißt, gleich benutzbar. Hoch. Revolte mich auf Flachsen. Hier, keine Fix-Loder. Hier. Exploder. Also was brauche ich? Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Leichte Stöße, keine Festbeschläge. Also nicht die roten. Ist das richtig? Access denied. Eine geile Truhe. Hallo. Du bist ja scheiße. Alter. Sei nicht so vorhanden, ey. Ich glaube, hier war es schon. Ey, ich will keinen Fix-Loader. Also wie war nochmal die Aufgabe? Lass alles explodieren. Genau. Das kommt dem sehr nahe, was auch ein echter Mr. Torque von mir verlangen würde. Hier. Stirb. Noch mehr? Da. Ich habe es gesehen. Reicht das denn nicht? Immer fragst du. Mensch. Das Kind. Geld. 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 So, die blauen. Ups. Ich habe doch den blauen geschossen. Ja, dann kannst du doch komplett kaputt machen, ey. Komm ich da eigentlich weiter, oder? Ich gehe einfach mal weiter in die Richtung. Kann ja nicht falsch sein. Außer, da ist der Weg zu Ende. Naja, komm ich zumindest wieder zurück, ne? Oh, als nächstes. Ich habe keine Ahnung, wo das nächste ist. Ist das oben? Ist das unten? Es ist auf jeden Fall da hinten. Okay, was sagt denn die Karte? Ja, das klingt einleuchtend. Ich habe nebenbei keinen Plan, wohin. Aber halt irgendwie in diese Richtung. Ne, der Weg war zu, genau. Da, irgendwo da entlang. Ist da ein Weg offen? Oh, gib Ruhe, Junge. Da. Ich muss mal was versuchen. Ich glaube, einfach so hochglitschen geht nicht. Okay. Ich kann euch erledigen. Ist das nicht gut? Verdammt. Oh. Ich sehe dich gerade sterben. Tja. Die sind auch alle kaputt. Und wieder eine Truhe. So, zwei. Wow. Verwöhnt mich doch nicht so. Mensch, was habe ich denn euch getan, dass ihr mich so verwöhnt? Und die kosten nicht mal Mondsteine. Oh. Oho. Oho. Die ist schon, ne? Ah, kann ich mitnehmen? Das auch. Ich gucke mal kurz, was die Skills machen. Hiervon ist es nix. Das hier. Das war der Klasse-Mod, ne? Genau, das sind die. Der hier war das, von Jacobs. 30er Ruhmempfang und Fotos. Ruhmempfang. Da. Der hier. Durch Aktivierung des Aspes werden Gegner in der Nähe provoziert. Achso. Provokations-Skill. Mhm. Aber das wäre die beiden eigentlich lieber. Ja, weil ich meine. Ich glaube. Es ist diesmal einfach egal, oder? Achso. Der war zwar der Fehler. Okay. Ach, ruhig. Ist doch egal. Ich hab mich schon vergeigt. Natürlich, was auch sonst. Nach oben wieder. Ich will das schon wieder jammern. Da. Eins und zwei und zwei kleine Opfer. Jawohl. Hey. Hey. Das ist nicht euer Kampf. Doch. Ich schieße auf mich, also ist mein Kampf. Ey. Lass mich doch in Ruhe, Mensch. Da hat sich noch keiner erholt. Aha. Dazu kannst du entkommen, oder sowas. Ja. Gott. Da hab ich jetzt weiter. Da wollte ich noch ein bisschen mit mir spielen. Ey. Mach mal was, Kamerad. Hier. Das ist der große Reaktor. Greif auf das System zu. Dann wird dem Kraftfeld Energie entzogen. Aber Vorsicht. Ich hab das Gefühl, das wird... Heftig. Gut. Heftig ist das zweite Vorname. Heftig. Und Explosion. Und awesome. Und... Äh... Supergeil. Kraftfeld Energie fehlt ab. Okay, warte. Dieser Reaktor hat eine massive Ladung. Wird ihm die entzogen? War's das mit dem Kraftfeld? Du wirst den Laserkern niemals erreichen. Soldaten Feuer! Es wird schwächer. Halt die Stellung, bis es ganz aus ist. Und verhindere, dass die es wieder hochfahren. Auch noch. Das dauert ja ewig. Lilith, Roland. Die Stromrelais versorgen den Reaktor mit Energie. Zerstört sie. Keine Ahnung, was das heißt. Aber wir ballern einfach mal rum. Erwarte mal. Ganz kurz. Lilith hat in diesem Teil noch die Frisur aus dem ersten Teil. Aber oben das Echo-Bild war das aus dem zweiten Teil. Oh Gott. Da war jemand eben ein bisschen faul, ne? Hey. Ich hab' mir die. Das. Das. Und nochmal das. Den Mooster nehme ich Wo ist die falsche Frisur, Mädchen? Ah, geh weg Ich hab mein Level ab Das heißt, neue Sniper, neue Sniper Ich will die neue Sniper ausprobieren So, die Sniper ist ausgesondert Und wird ausgetauscht gegen diese Supergeile Sniper Wo habt ihr diese Sniper her? Ich hab sie aus dem Wandler Hey, weg da Oh Gott, zu viele Ah, ist tot, okay Noch zwei Oh Gott, schwankt das Teil Boxy, ich kann die Energieversorgung für die Sicherheitskraftwälder nicht finden Das Ding hier sieht wichtig aus Ich jag's in die Luft Ich bin ein Genie Ja Okay, geht da nicht so Gehe ich sonst in Ordnung Die wird, äh Ich zeig noch kurz die Werte Die ist nämlich ziemlich geil Waffengenauigkeit Nachkommsschaden Fliegt Gegner ein Erhöhnt die Genauigkeit am Schießen Und hat schon ziemlich hohe Werte Das Problem ist Die schwankt ganz extrem, wenn ich sie nur halte Ja gut, ich denke, ich kann das kompensieren Boah, macht die Schaden Gleiches mit der Sniper ist das Ding da kaputt Ja gut, das kann man kompensieren Wo denn Wo fenn schießt du Da ist so ein Anzugteil Ah ja genau, die tieferehörten Schaden Hehehe Warum ist die Werte kaputt gegangen? Ich kann dir sagen, dass ich das nicht war Kraftfeld Energie bei 0% Kraftfeld deaktiviert Juhu, gewonnen Stopp Neue Granate Das war Verdammt Eye of Heli Wo kommst du auf einmal her? Der Laserkern wartet Los geht's Jaha Beim nächsten Mal Tschö Beim nächsten Mal